Treten Sie nur näher, meine Herren. Genieren Sie sich nicht. Hallo. Dann nehmen Sie die Hände hoch. Wo sind Sie? Hände hoch, habe ich gesagt. Ja, so ist es vernünftig. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Gut so. Tag, meine Herren. Tag, meine Herren. Herzlich willkommen. Hab ich's mir nicht gedacht, Herr Brandenberg. Sehen Sie, mein Lieber, so haben wir uns beide was gedacht. Sie gestatten, dass ich Sie von Ihren Waffen befreie. Bitte. Wenn's Ihnen Spaß macht, Sheriff. Sobald der Bürger eine Pistole in der Hand hält, dann spielt der Wildwest-Film. Machen Sie ruhig Ihre Witzchen, mein kleiner Kommissar. Ich lache später. Ich war der Meinung, Sie hätten sich bei Ihrer Notlandung verletzt. Ja, die Notlandung. Das war sehr dumm. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass kaum Sprit im Tank war. Ja, so macht jeder seine kleinen Fehler. Sie aber auch, mein Bester. Sind Sie mir doch tatsächlich in die Falle getappt. Ich habe damit gerechnet, dass Sie kommen. Deswegen habe ich mich auch in diese Hütte zurückgezogen. Das war eine Däupung. Es war eine die Schatzenbe Ugand. Das war neun. Was war für 2021? Vielen Dank.